So, herzlich willkommen zurück, jetzt die echte Folge 25. Ich muss genau einen Foundry bauen, ich gucke mal, koste meine Baracken. Ich habe ja so jede Menge Heavies. Ich denke, ich werde einen von den Heavies mal umwandeln. Und zwar, und zwar, und zwar, ist das noch nicht? Genelab, Researchcredits, 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 Researchcredits. Ich dachte, Facilities, ich habe ein Genlabor, oh, das kann ich aber nicht gleich, nee, das brauchen wir noch weiter, ok, dann kann ich das doch nicht umwandeln, aber ich kann meine Medaillen verkaufen. Star of Terra, Assigned Power. Entire Square, Sie plus 5 Wind, plus 5 Defense in Battle, Robotics Unit, Receive only the Defense Bonus. Also, den Quartat, Leutnant, Rank or Lower, gain 25% XP for Completing Missions. Das ist, glaube ich, ganz cool, da kriege ich die schneller hoch, except Awarden Battle. So. 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 Okay, da krieg ich aber 3 dazu. Satelliten 2 in 7 Tagen, okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mal eine Skeleton Suit baue. Da könnte einem Sniper nämlich ganz gut helfen. Dass die an gute Stellen kommt. Filling Scan, Vence Matrix. Das baue ich mal. Before Tracking Boost. Temporary Boost, oh, Unions Pursuit Speed. Okay. Heavy Plasma Arrive. Oh, das haben wir eine ganzen... Rail Gun, ja okay. Plasma Rifle, Light Plasma Rifle, Plasma Pistol. Laser Rifle, Heavy Laser, Scatter Laser, Laser Rifle. Ich weiß nicht, ob ich ein Heavy Plasma mitnehmen sollte. Das kostet halt 225. Wahnsinn, das ist so übel. Ich glaube erstmal noch nicht. Ah, die meine Foundry ist fertig, genau. Carry on. Exalt Operation. Research check. Research time lost 4 days. Data back up 0%. Total time lost 4 days. Exalt Information warfare has corrupted research data. Go to the situation room. Research cell present. Aber da war doch schon so ein Kreuz? Was? Ohhhh. Moment. Lauder hot. Aber für den bräuchte er noch eine Antipistole. Bild bei Items. Braucht man einen Laser Pistol für ihn. Nein. Laser Pistol. Nein. Das war Pistol. Nein. Das war Pistol. Das war Pistol. Call Operation. Call Operation. Ja. Loadout. Laser Pistol. Ach, Richter. AIM 122. The scope bräuchte sich da gar nicht mehr. Oh, Bein und Reis nie. So. Send Operative. Ähm. Aber die Facilité sind eh noch. Eine weitere Auflösung ist notwendig. Not enough uplink, ja, das weiß ich. Trotzdem... Skybnetics lives in Auffass. We have a secure transmission coming in from the Council, Commander. X-Alberators provide additional entry on the location of our missing transport vehicle. Not a moment too soon. The peace and aliens have cornered the truck on a dam in East St. France. To recover the cargo, we need to act fast. Okay. Excellent. We look forward to seeing your progress. Ebenbonus mitnehmen. Oh. Ok. And I don't need to know that or... No. Not so nice. It's over here. So, ich denke, ich habe jetzt allen was Sinnvolles mitgegeben. Der hat glaube ich inzwischen auch Squatsize, oder? Obilities? Ja genau, Squatsize. Aber er hat keinen guten Aim. Der hätte das viel mehr gebrauchte Scope. Ähm, added unit, loud out. Added unit, loud out. Fliegen, loud out. Nein, die da. Dankeschön. So, ist es vielleicht ein bisschen besser. Ja. Lauschmischung. Guck mal, dass die Folge gar nicht besser verläuft. Als die Folge 24, die ich zweimal spielen musste. Ja. Oh, wir sind wieder in Frankreich. Stimmt ja. Beginn ist so alt. Francis sendet einen urgenten Mission-Request. Da haben wir einen Truck eingekettelt. Auf irgendeinem Damm. Das sieht nachher eine sehr neue Spielumgebung aus. Aber episch. Nice. Es sieht aus, wie der Transport kam unter Attacken, während wir versuchen, zu über den Damm. Während der Damm. Die Aliens müssen die gesamte Umgebung verabschieden, versuchen, die Truck zu verabschieden. Wenn sie das Ding so schlecht wollen, dann gibt es keine Ahnung, was anderes sie können, um es zu versuchen, zu retten. Das Damm ist in schlechtem Form. Wir müssen schnell verabschieden, wenn wir den Truck zu verabschieden, bevor sie machen. Okay. Oh, das ist mal wieder unser Zeitsdruck. Yay. Äh, woops. Äh, lass mich doch. Okay, das brauche ich irgendwie. Das verschafft wahrscheinlich Zeit oder irgend so was. Keine Ahnung. Nee, du nicht. Du kannst doch nicht mal ein Stück weiter vorlaufen, ja. Nee, wenn wir zur Porto da nicht drauf gehen. Wie kommen wir da hin? Achso. Okay. Der Damm geht kaputt. Ah, alles klar. Ich muss jetzt ein bisschen verteilen. Das spürt mich zwar ein wenig, aber geht halt nicht anders. Da müsste ich rankommen. Da müsste ich rankommen. Der Damm geht nach dem Truck. Au. Au. Mr. Target. So. 16%. 44. Das ist mein Sniper. Das ist mein Sniper. 78. 64. Ja, fehlt da noch mehr. Ein bisschen Damage. 43 und... 43 und... 43 und noch weniger. Jawoll. Nur eins tot. Gut. Ich werde mal die Pistole wechseln. Vielleicht geht das ja besser. 47. Ja, ein bisschen. Die wird gar nicht gesehen von ihm. 22, ey. Das ist ja quasi nischt. 10 ist ja noch weniger. Ach Gott. Ich suppress den mal. Und dann... mit dem... äh... da hinzulaufen. der Operate. Links klick der Operate. Mach ich doch. Uh, cool hier unten. Wir haben nicht. Ich glaube, ich lasse mir mal einen Sniper da hochdashen. Das ist glaube ich sinnvoller. Aber wenn das ein Press ist, darf er anscheinend gar nicht zurückkeulen. Das ist ja mal richtig. Ähm... Ich gehe mal auf Orwatch. Schon wieder. Und daneben wohin die auch mal geschossen hat. Wieder mal. Jawoll. Oh. Ups. Das ist ungünstig. Ja. Der ist harmlos. Der ist auch ein bisschen harmlos. Das geht. Das sind ja drei schwächere. Zumindest mal. Ach ne. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe... Jetzt sind nicht mehr drei schwächere. 72. Mach weg. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall machst du mal auf. Das ist auf jeden Fall nicht genug. Das ist auf jeden Fall nicht genug. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. 67 43 das muss erst wir sind schon 57 50 nicht gut nicht gut und da glaube ich über nicht hingehen weil dann hat der Typ vorne mich 67 67 versuch du das mal da oben jawohl würde x mython du läufst vor und dann nachladen 51 51 oh shit da habe ich jetzt die anderen auch noch mitgenommen schade daneben oh oh shit nicht wieder mein zapport und ein Schild da ist also klar ich wollte meine Schredderrakete auf das Ding benutzen müssen ja die hat auch eine Schredderrakete wie komme ich da gut hin yes bitte wie nur 2 damage auf alles oh nö der hat erstmal 3 hey oh oh fuck ich kann nur einen von beiden treffen ach ach shit dann wieder den mit dem Schild 11 11 top top 78 und du siehst es nicht mehr das ist doch nur eine halbe Deckung machen vielleicht doch schärf's die 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 das 87 prozent ist doch ein schlechter Scherz 8 schaden kriegst du glaube ich jetzt ja so oder so und tod so wird zu meinem support der benannt ist kriegt das einfach nicht gebacken die am leben zu halten und er wird mich hier gerade extrem verleinsam und diesmal ist ja egal schmeiße ich einfach so zack eh in granate und friss 90 prozent so er kann die neue pistole verschießen 78 wird sie noch nicht treffen weg weg wieder ein verloren ist es doch so scheiße weil dann kommt uns gut wieder der mir mit mir echt kein einfaches leben Oh, nee. Oh ne, ich brauche die Waffenfragmente eigentlich. 40, 60. Versuchen wir es nochmal bei 60. Schade. Emma Prototype Watson ist die zweite. Oh, da kann man was treffen von hier aus. 78, 98. Das ist mal kleiner gesagt. Oh, wie kotzt einer an, ey. Es kotzt einen wirklich an. 68 ist gar keine so schlechte Chance. Schade. 47. 47 zu 53 Diese wahnsinnig erfolgreich. 55. So, wollt. Boah, was? Ich hab grad getötet. Kommen die nächsten. Das ist bestimmt hinter mir noch, oder was? No. Perfekt hingestellt, ehrlich. Vor allem die sind vor Overwatch doch alle. Ich dachte, ich hab hier zwei Leute, die voll geflankt sind. Direkt erstmal die Schredderrakete rein. Nö, sie verfehlt es eigentlich falsch. Das Ding ist halt auf Overwatch. Das Ding ist halt auf Overwatch. Das Ding ist halt eh nicht mehr, weil es eben gefühlt ist. Au. Das Ding hat auch Overwatch sein kann, ist übelst hart. Ich hab noch nicht mehr gehört. So. Okay. 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 63 es könnte sich sogar die Runde töten 88 was weg da brauche ich keine volle Waffe nehmen vorbei geht es nämlich trotzdem die lebenspunkte okay damals ist wieder ganz auge tot auch mann ich mag solche sachen und derzeit so gar nicht ist nervig ja schon zwei weniger das ist nicht lustig das ist nicht nicht gar nicht gut okay wenn wir das verdächtigen eigentlich aber beschwer mich da nicht ich habe Munitionen mehr, das ist natürlich ungünstig jetzt, dass man Sniper keine Munitionen mehr hat. Hm, ich weiß. Was? Nein, der muss wirklich außen rumlaufen. Ach fuck, der kann drüber springen. Oh shit. Oh shit. Nochmal Gegner ist echt ungünstig jetzt. Weil mein Sniper halt so weit hin ist, dass er nix sehen kann. Also muss der mal nachladen. Komm, mach bitte einen weg, wenigstens einen weg. Oh, meiner, was? Wahrscheinlich schon zwei aus dem Fall. Ich sehe schon, ich will jetzt gleich alle. Au. Weil das halt nicht geklappt hat. Weil ich da Einzug verschwendet habe, ey. Oh man. Sonst kann man immer über die halbhohen Sachen drüber springen. Dort nicht. Komm, jetzt. Ich verbrauch da kein Komplettes. Weg. Weg. 68, komm schon! Nein, nicht mehr drückt er nicht. 65, komm. Toll. Jetzt hören wir schon mal drei, oh, hab zwei Runden bekommen für die, bisschen Sherry. Nein, nein, also ist das übelst mies. Ey, das ist ja wieder so, wie soll man das schaffen? Der sieht nichts davon, top. 100%, komm, mach weg, ne, mach der nicht. Ach, sie nicht. Ich versuche jetzt mal rauszukommen. Das ist zum Glück nicht. Das sieht aus wie unser Ziel. Get over there and extract the weapon before that whole place goes down. Objective updated. 57, na, Wahnsinn. Oh, hat's getroffen. Ich laufe jetzt einfach so schnell wie möglich darüber. Am besten aber nicht durch die. Das ist doch lächerlich, ehrlich. Ich kann nicht einfach nur durchrennen durch den Scheiß. Ich will jetzt nicht meinen hochgelevelten Support verlieren. Dann habe ich gar keinen Support mehr, das ist doch scheiße. Nooo, genau, all of Overwatch. Hä? Ey, das ist, das ist einfach nur lächerlich. Tut mir leid. Es ist wieder ein Auftrag, den haben sie nicht richtig gebalanced. Ich gebe mich auf Position. Ja, da stirbt es wahrscheinlich noch, Reaktion. Vier. Und. Ne, daneben. Hier doch nochmal. What? Wie ist das denn zweimal? Oh, Mann. Hier muss ja bloß durchkommen. Hier muss ja bloß durchkommen. Hier muss ja echt bloß durchkommen, das ist doch lächerlich. Hier muss ich verletzen. Hier müssen wir wiederholen. So, bitte. Please. Du verstehst. Du verstehst? Du verstehst... Du verstehst du, wie viele von uns被 uns verletzt?! Das ist ein Scherz. Ach, das kam irgendwie nicht so raus, dass ich einfach nur durch muss. Sorry, ich wird das rumgeflamen, aber das regt mich auf, wenn man nicht löst die Scanner auf eine sichere Art und Weise und dort muss ich halt einfach durch die Overwatch rennen. Mehrfach. Toll. Ich habe ein Support und ein Heavy verloren, die Hochlevel verloren. Ach, Mann. Shirley Holmes wird dann zur dritten Wolf. Lowrider Honkboy. Defenders Metal. Wir sind in Kontakt, Commander. This captive we recovered from the aliens, Annette, was apparently passed off to them by the Exalt Organization. So far she's been less than forthcoming about how she wound up in their control. Or what makes her so valuable that they'd pursue her to this extent. Whatever the case, we need to keep a close eye on her. Inter-scan. Initiate-scan. Soll ich gleich noch mal, wenn mein Typ wieder zurück ist? So. So. Baracken. Your soldiers. So. Baracken. Your soldiers. Ich glaube, Copi. Ich glaube, Copi hat Cossacks in die Pro. Ich glaube, erstmal, wenn ich irgendwo Kerle habe. Ja, mit dem Kerl. He he. Hier kann ich keinen zwei hinschreiben. Ist sprayed hardcore Nummer 2. Häää. Er ist 6 die Nummer 2. Das ist aber noch jemanden im Memorial, den ich noch nicht wieder zugewiesen hab. Lydia Guns-Auger. Reaper-Man. Eine Reaper-Man hat überlebt, das ist der erste Reaper-Man. Ja, ganz sauber. Lydia, ganz sauber. The Soldiers. Das weiß. Das weiß ich. So. So. Was ist das Kubernetes-Labor eigentlich online? Das weiß ich nicht. Okay. Okay. Oh, die READ habe ich auch als Support. Okay. Okay, du brauchst erstmal eine Klasse, um überhaupt geaugmentiert zu werden, alles klar. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das wird nicht ge-mind-controlled werden. Das da will ich. Denk ich. Weil vielleicht erstmal das hier dann wieder hochspringen kann. Okay. Nein, ich will nicht so viele gleichzeitig. Da rein setzen. Sonst habe ich gleich wieder nur ein Anfänger-Team beim nächsten Einsatz. Was dann allerdings Folge 26 wir haben. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald. Okay.